Ich begrüße euch zurück, wir spielen mal wieder eine weitere Runde Titan Quest, aber ich habe mir vorgenommen, heute mal nur eine kurze Session aufzunehmen, also kurz heißt für mich ein halbes Stündchen. Mal gucken, wie lange es diesmal wird, weil das nehme ich mir eigentlich jedes Mal vor, aber Titan Quest ist halt nun mal so ein Game, welches dann einen doch wieder zu mehr verleitet, als man vorhatte. Sucht Game, elendige Sucht Games, wir waren in Ägypten angekommen und sind jetzt flinken Fußes unterwegs, ja flinken Fußes trifft es in diesem Fall wirklich sehr gut, denn wir hatten ja unseren Geschwindigkeits-Buff. Die Leute, die uns jetzt durch Zufall gefunden haben hier, das Let's Play gefunden haben und sich wundern, alter, Titan Quest, an so viele Monster kann ich mich nicht erinnern. Ist richtig, ist richtig, wir haben eine Modifikation drin, das sage ich immer wieder dazu. Das ist der X-Maxer und der vervierfacht die Monster, also man kann sich aussuchen, wie viele Monster man haben möchte und weil wir ja Hardcore sind, nehmen wir nicht nur das Doppelte, sondern das Vierfache. Ja, wie schon gesagt, wir sind Hardcore und wir brauchen Herausforderungen. Ich glaube, wir sind nur zweimal bisher gestorben, aber das war ja dann auch wirklich Inkompetenz von den Werten Meldtas. Nein, sogar dreimal schon. Oh, wow, 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 was für ein inkompetenter Mensch. So, aber nun mal, so ist ein Let's Play nun mal, es ist nun mal nicht perfekt, könnte man natürlich anstreben, hätte ich natürlich auch alles so schneien können, dass es perfekt gelaufen wäre, aber nein, nein, ich möchte das jetzt hier unzensiert und unretuschiert euch anbieten. Mal gucken, wie wir hier in Ägypten hinkommen. So, wir haben ja unser super krasser, äh, krasse Keule sowie Artefakt, was für uns das Geiz ist, was wir nur finden hätten können. Wir konnten es relativ zeitnah bauen und das hat uns den Scharen verdoppelt, also das ist wirklich das Ding, mit dem wir hier jetzt am meisten Scharen rausgerissen haben, denn es hat uns, boah, was hat es denn uns an Scharen dazu gebracht gehabt. Das war so einiges, das, das war genau zehn Grundscharen, Giftscharen auch nochmal, Energieentzug, ja, also, und Angriffsgestündigkeit hat es uns auch noch, äh, verbessert. Also, das ist das Artefakt, diesen, äh, Schleier der Nacht, Schleier der Nacht, der ewigen Nacht, kann ich euch nur am Anfang empfehlen, also, solltet ihr jetzt auch mal anfangen mit Titan Quest und den normalen Schwierigkeitsgrad, äh, anfangen, dann auf alle Fälle versuchen, dieses Ding zu finden. Denn, Damage-mäßig ist das wirklich mit das Beste, was man finden kann. Erst recht, das, was man da braucht, benötigt, als Inkredenzchen, um es zusammenzuschustern. Lachhaft, echt lachhaft, das findet man allein schon in Griechenland, also dem ersten Gebiet und somit. Lachhaft, bau, da fliegt er wieder mal, hier unsere Energie-Schockwelle, Mana kann uns scheißegal sein, wir kriegen, wir generieren viel, 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 viel mehr Mana, als wir verbrauchen, also, das ist, außer, okay, wir treffen auf Monster mit Live-Leach. Skopions, Skopions, zjuuuh, bam, lachhaft. So, weiter geht's. Also, hier, das, äh, in Rakotis ist das ein bisschen sehr verwinkelt, man müsste hier wirklich mal alle Wege weitergehen. Also, es ist jetzt nicht gerade so, dass man sich irgendwo groß verlaufen kann. So ein Passus gibt es natürlich auch in Ägypten, also hier in diesem Gebiet. Aber, ich sag mal, hier am Anfang ist es noch sehr überschaubar. Ich glaub, wir haben, ja, wir haben ein neues Shirt. Ich hab mich schon gewundert, wieso das so komisch aussah, ja, aber doch, doch. Da hatte das der eine, oh, was ist denn das? Wie heißen die? Sind das Schakalmenschen oder Schackmenschen? Das muss ich jetzt mir nochmal genauer angucken, wie die Definition von den Leuten ist. Wow, nubischer Deflektor, so heißt das Ding. Das Ding hat eine 13%ige Wahrscheinlichkeit, 109 Scharen abzublocken. Das, unser anderes, die Dornwand, die hat leider nur 11%, 94 abzublocken. Unter anderem macht das Ding 52 Scharen, das andere nur 43. Es bringt uns 90 Lehm. So. Ah. Gucken wir mal. Damage-mäßig verändert es nichts, aber den abgeblockten Scharen, okay, das hatte ich ja schon angesprochen gehabt. Der wird höher, genauso wie unsere Geschicklichkeit höher wird. So, wir büßen etwas an Resistenzen ein und auch ein bisschen was an Gesundheitsregeneration. Aber dafür steigt unsere Angriffsqualität ungemein und unsere Verteidigungsqualität ebenfalls. Na okay. Boah, nehmen wir den nubischen Schild. Der sieht nicht so kacke aus. Der, der, ach komm, nubischer Schild. Wir, wir finden hier das Zeug nicht ohne Grund, also komm, müssen wir mitnehmen. Was haben wir aus dem Let's Play Gothic gelernt? Alles mit, was du kriegen kannst und gibt nichts wieder zurück, also somit nutzen wir das Ding einfach mal. Diese Schreine nutze ich nicht, weil, pfff, hier. Ratte, fatze, einfach rin, weg ist das Gedöns. Jetzt rennen wir hier mit unseren Highspeed-Sandaletten durch die Gegend. Nubischer Schild, schützt uns. Jo, da hätten wir es. Oh, flieg! Ja! Oh, nee, nee, der ist da hängen geblieben. Ich wollte, dass er über den Zaun fliegt, aber naja. Man kann nicht alles haben. La, 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 la. Hier geht's weiter. Skorpions. Und ein Level Up! Das ist unter anderem der Hauptgrund, wieso wir hier, äh, diesen X-Baxer drin haben. Weil wir mehr EP bekommen. So, okay, mehr EP nicht, aber weil es höhere Gegnerzahlen sind, bekommt man im Endeffekt halt für die mehrfach Gegner bekommt man halt mehr EP. Also, das ist dann, das ist eine mathematische Formel. Mehr Gegner gleich mehr EP. So. Nicht, dass jetzt da einige Leute das falsch verstanden haben und gesagt haben, hey, wieso, haben sie an der EP? Also, dass man zum Beispiel doppelte EP bekommt dafür, für den Gegner. Nee, so ist es nicht. Bloß die Gegnerzahl ist erhöht und dadurch bekommen wir dann halt die erhöhte EP. BAM! Also mit der Traummeisterschaft rocken wir hier durch. So muss das sein. Unsere Verteidigungsmeisterschaft, ja, die ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das Ding haben wir hier eigentlich schon so gut wie gemaxt. Jo. Genau, in der Vergangenheitsmetters hat ja das hier im Vordergrund spielen. Richtig, richtig, richtig. Genau. So. Warte mal, Moment. Okay. Ach genau, machen wir das erstmal. Hauen wir das erstmal hoch. Dann haben wir nämlich eine... Erstmal Verlangsamungswiderstand. erhöhen wir. Dann haben wir unter anderem noch die Wahrscheinlichkeit, geschossen auszuweichen. Und unsere Gesamtgeschwindigkeit wird weiter erhöht. Und umso schneller man ist, umso geiler kommt die Traummeisterschaft. Erst recht meine Spielweise. Der Traummeisterschaft, weil wir sind ja eigentlich eher so eine Traum-Assassin. Oh, Traum-Assassin. Ja, das ist auch ein bisschen sehr hochgehypt. Naja, damit meine ich eigentlich nur, dass man halt hier durch die Gegend rennt und den Pfeilen und den einzelnen Projektieren auch schon so ausweichen kann. Und man kann dann einfach vor den Nahkämpfern wegrennen. Und so ein offener Kampf ist meist scheiße. Erst recht in den höheren, also wenn man in den höheren Schwierigkeitsgräden wie Legendär und so weiter und so fort, was es da alles so gibt. Da ist man dann schon angearscht. Und außerdem kommt man mit einer höheren Geschwindigkeit besser hier durch die Massen durch. Kann die besser zusammen mobben. Hier, wenn man dann die ganzen, die ganzen Pussycat-Dolls hat, dann geht man einfach so, ratze, fatze, ratze, fatze, ratze, fatze. Und dann sucht man sich den Punkt. Bäm, 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 bäm. Dann sterben sie. Und das ist einfach der Vorteil bei diesen Fernkämpfern. Die versuchen dann immer eine bessere Position einzunehmen, von der sie schießen können. Aber um in Reichweite zu bleiben, ziehen sie danach. Und dann stehen sie alle nur auf einem Haufen. Dann kann man sie gezielt ausknocken. Wenn es halt nicht gerade zu viele Gegner sind, wie es jetzt hier gerade der Fall war. Die haben sich dann gegenseitig geblockt. Mit dem Positionswechsel. Aber ein Rakotes, Mann. Rakotes wird befreit. Das ist ja, das erinnert ja hier schon fast einem kleinen Traum. Ey, da versucht uns jemand. Okay. Großer Nachteil. Es ist ein sehr großer Nachteil, dass hier halt die Gegner manchmal dann auf der Karte so platziert werden, dass die irgendwo in irgendwelchen Gebäuden mit drin stecken. Aber, ey, das ist, das ist so wenig. Ah, hier, nicht denken, dass das irgendwas Besonderes ist. Das ist bloß der Questgegenstand von diesem, das komische Familienerbstück von dem, von dem einwerten Freund. Da ist schon wieder ein blauer Gegenstand, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht dran. Das kann ich euch sagen. Kocke. Okay. Okay. Äh, der hier oben, der, der, oh ja, warte mal. Schakalmensch. Schakalmensch. Also doch, Schakalmensch. Der hat nämlich den Türkisbogen. Türkisbogen. Also da kommen wir leider nicht ran. Haben wir aber leider eh schon in unserem, in unserem werten Dingenskirchen, in unserer, in unserer Karawane. Also somit ist es jetzt nicht so das Problem. Wäre es jetzt irgendein krasser, epischer Schild oder eine krasse, epische Rüstung gewesen, dann wäre es natürlich sehr traurig gewesen. Aber es ist nicht der Fall gewesen. So, jetzt haben wir das, unser Kontingent erschöpft mit dem Wort gewesen. Oh, hier, kleines Karabehnen. Bäm, 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 bäm. Wat da wollt, Junge. Wat da wollt. Habt ihr erstmal hier eine Packung bekommen. Irr, Slimes. Irr, irr. Zum Glück verschwindet hier komplett Slimes. Wäre ja eklig, wenn die hier die ganze Zeit rumliegen würden. Die stinkenden Dinger. Oh ja, hier kommt das Karabin, kommt. Trauert euch. Trauert euch. Und, come on. Ja. Das ist halt bloß eine Gewöhnungssache hier bei, bei der Traummeisterschaft, wenn man hauptsächlich mit dieser Störwelle arbeitet, dass man das dann gut abschätzen kann, wo man diese Störwelle zünden muss, damit man, äh, Effizienz, äh, eine hohe Effizienz erzielt mit den Killen der Monster. Also, nicht, dass man dann halt immer irgendwie einen halben Meter zu kurz die Welle abgeschossen hat, oder sonst irgendwas. Kann ja auch passieren. Das ist mir ja auch die erste Zeit sehr oft passiert. Dass dann auf einmal die ganzen Bursche es noch rumstanden, weil ich es einfach schlecht getimt hatte. Ja. Asche über mein Haupt. Aber Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. So heißt es nun mal. Gut. Hoffen wir mal, dass die Höhle ein Ende hat. Und hier nicht, äh, der Hauptweg ist. Ich glaub nicht, dass das der Hauptweg war. Ach, komm. Eier durch. Was? Das Ding lebt noch. Cool ist ja auch unter anderem, dass wir jetzt, äh, hin und wieder mal mit unserem Schild zuschlagen. Wir haben eine sechsprozentige Wahrscheinlichkeit, dass der einfach mal mit seinem Schild mit reinknüppelt in die Gegner. Uah, hier. Geier. Bäm, 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 bäm. Da habt ihr hier Geier. Erkranktes Gefieder. Also, die Geier sind die, die Aaskrähen von, von, von Ägypten. Also, hier findet man keine, keine Satyren und auch keine Aaskrähen mehr. Die sind allein nicht in, mh, ja, okay, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber die sind hauptsächlich in Griechenland vertreten. Hier hat man neue Monstertypen. Und, halt, sie ähneln sich sehr. Da ist halt bloß das Model anders. So kann man es definieren. Okay, jetzt sind wir hier wieder in einem Stadtgebiet von Rakotes. Weiter geht's. Bäm! Oh mein Gott, das ist zu f-